Ich habe keine Ahnung, ich mache das so zu. All ich brauche Fassadengrund, habe ich nicht. Ich bin auch nur noch genervt. Ich habe auch nur noch genervt. Ja, ne echt. Ich habe auch eine krasse Nummer. Das war es irgendwie. Irgendwann bricht das alles ein. Brechen die Fenster raus und TXN. Nein, komm, lass mal. Toll, ne? Hinten genau dasselbe, hinten, ehrlich, wirklich, das ist, zum Kotzen ist das hier, ey, ja klar, ey, ja, so neue Dämmungen, ah, ja, toll dies und toll das und drin alles voll zerstört, ey, echt, aber ja, aber ich bin schuld, das ist schon logisch, kotzt mich so an damit, irgendwie. Können wir nicht mal den Wasser holen? Also zumindest irgendwie diese, die sollte hier, aber die gibt mir tierisch auch diese. Eigentlich bräuchte ich einen Staubsauger, hab ich aber nicht mehr, den haben sie mir zu Schrott gehauen. Oh, 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 oh. Ich weiß auch nicht, ey, das so. Und kann, ja, normal ist das nicht, oder? Also ich meine ja immer so, ja, das kann man dann notfalls ganz locker wieder rauspulen und dann kann sie sich das mal überlegen. und am und 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 Ja, anhandig ist aber gleich ein bisschen Kugeln. Ich habe einen Kugeln. Ich habe einen Kugeln. Jetzt bin ich hier für die kleinen, äh, wollte ich jetzt was vom Betonbischer erzählen, das jetzt hier bei uns, oder? Echt zum Kotzen, ey. Ehrlich. Ja, wir fahren hier Bob, den Baumeister, wie geil. Und andere zählen nur noch tote Mäuse, Alter. Ja, ich auch, ich auch. Mir fehlt ja auch Geld, so ist das für mich, ne? Zum Beispiel um die Stromrechnung. Oh, Sonden-Wind-Zug hier, hab ich keinen Bock, ey. Okay, so. Okay, so. Oh, oh, oh. Wahrscheinlich fliegt mir das irgendwann wieder um die Ohren. Ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht. Ich muss das jetzt mal aus der Hand legen, weil ich sonst nicht filmen kann, so einhändig. So sieht es jetzt aus, bescheunig.